Die Jungs davon fernhalten, hier ranzukommen. Starker Fight hier, EST gegen Umbra. Umbra, die müssen das hier gewinnen, damit sie heute zumindest die Zufriedenstelle in Dark haben. Die haben noch nicht gezeigt, dass sie drauf waren. Gewinnen den Tieffight. Schön. Guter Prefire von Kastler, das ist. Ich weiß, dass Bodo da nicht reingerannt ist. Jetzt kommt er aber raus. Kann hier aber nochmal traden. Das heißt Mutschi, die ebenfalls genockt wurden. Ja, von allen Teams insgesamt am Start. Starker Nade von Zaba. Meine Gute war das Nade. Savage geht damit eh direkt raus. Also die sind alle nochmal bewertet worden. Von Bodo in Kastler, die man hier nicht direkt verlassen konnte. Und jetzt sage ich, um der letzte... Und für diese Edge, diese Nordseite wird jetzt komplett erst nachher geflückt. Nicht so beieinander will der gerade mehr oder weniger so ein bisschen die Käse noch mitnehmen. Sondern natürlich auch die hässlichen Teams. Und das ist Umbra, die hier da mit XM komplett rausnehmen. So, meine Güte sind diese Edge gut. Aber sie kommen zu keinem Knocks. Sie kommen zu keinem Flash. Bänger kommt jetzt hier ran mit seinen Mates. Will diesen Teamfighter auch direkt setzen. Gute Engels hier gesetzt werden. Einer kann rausgenommen werden, aber es reicht nicht. Gute Engels hier gesetzt werden.